Laura und John haben bei »Gute Zeiten, Schlechte Zeiten« geheiratet. Doch die Flitterwochen werden zum Albtraum. Nach Lauras »Krüssensi Kavasi« verschwinden und der Geiselnahme im Jeremias Krankenhaus hat John, Felix von Jarow, seine Liebste endlich geheiratet. Nach dem Fest genießen die beiden ihr Glück in vollen Zügen, doch die Flitterwochen in Paris werden zum Albtraum, wie RTL jüngst verriet. Denn Laura hat ein dunkles Geheimnis. GZSZ Lauras und Johns Ehe wird in Paris auf eine harte Probe gestellt. Ja, Liebe, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Fans. Laura bleibt eben Laura, daran kann auch die Liebe zu John nichts ändern. So wartet in den Flitterwochen eine bitterböse Überraschung auf den frischgebackenen Ehemann. Am Donnerstag, 23. November, zeigt RTL die Folge in Spielfilmling. Der Sender verspricht Romantik, Fashion und Crime. Während John für die Romantik und Emily, Anne Menden, für die Mode zuständig ist, bündelt Laura die kriminellen Energien mal wieder auf ihre Person. Lauras und Johns romantische Hochzeitsreise. Ein dunkles Geheimnis und der Höhepunkt von Emelies Karriere als Modedesignerin. GZSZ Darum geht es in der Sonderfolge. Als Laura John auf einen romantischen Trip nach Paris einlädt, darf er nicht wissen, dass sie in der Stadt der Liebe einen geheimen Plan verfolgt, der das Paar vor eine Zerreißprobe stellt. Während Laura die Übergabe eines mysteriösen Koffers vorbereitet, steht Emily kurz vor ihrem größten Erfolg als Taschendesignerin. Nach der erfolgreichen Fashion-Show steht sie glücklich im Blitzlichtgewitter und ahnt nicht, dass sie selbst schon bald in größter Gefahr schweben wird. Anne Menden zum Inhalt Emily machte gerade eine schwere Phase durch. Die Trennung von Sascha nimmt sie sehr mit. Eigentlich möchte sie hinschmeißen und den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere, auf den sie so lange hingearbeitet hat, absagen. Eine glitzernde und glamouröse Fashion-Show in Paris. Doch dann ein Neuanfang? Felix von Jarow verrät, John freut sich wahnsinnig, dass er endlich mit der Frau, die er liebt, Zeit und Zweisamkeit in Paris verbringen kann. Aber wie das nun mal bei den Bachmanns so ist, kommt alles anders und plötzlich auch seine kleine Schwester Emily, völlig deragiert an der seine an. Es bleibt also nicht nur bei einem romantischen Liebestrip, sondern die geplante Liebesreise entwickelt sich plötzlich zu einem Abenteuer der anderen, der emotionalen und sogar der kriminellen Artikel. Krösensika war sie weiter. Meine Rolle hütete ein dunkles Geheimnis, von dem John nichts wusste. Auch dieses führt sie nach Paris. Die Reise ist also nicht nur der grünende Abschluss ihrer Hochzeit, sondern Laura verfolgt einen Plan, den sie in der Hauptstadt der Liebe endlich vollenden möchte, für sich selbst, für John und für ihre gemeinsame Zukunft? Das wird sich zeigen.